Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen? Ja, ihr Leute, jeden Kerl wird 15 heut. Ganz schnell aus dem Bett gekrochen, Blauja, Karsten und der Jochen. So halben Stunde Tanja Schmidt, die Morgensendung, wie macht es? Jeden Tag die besten Hits und wann im Kreis wird wo geblitzt. Alles das kann man hier hören, im Kreis Fuchsfeld lebt man gern. Wer hat an der Uhr gedreht? Mann, wie schnell die Zeit ergeht. Fünf, zehn Jahre sind nun rum, aufs nächste Juwel. Heute ist nicht alle Tage, auf die nächsten 15 Jahre.